Er hat 800 Trophäen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Unterstütze mich mit dem Creator Code in Wallstars. Dafür kannst du eben ganz rechts im Shop mein Code Jojonas eingeben, um mich damit eben kostenlos unterstützen. Danke. Hey Leute, wir haben heute vor, dass wir es eben heute auf die 15.000 Trophäen in Wallstars schaffen. Ich spiele das Spiel inzwischen seit ungefähr einem Jahr und heute wäre es auf jeden Fall ein extrem wichtiger Meilenstein. Mein Ziel auf Dauer ist es eben auch wirklich die 20.000 Trophäen zu schaffen und dabei haben wir es das letzte Mal eben auch geschafft, alle Waller über 500 Trophäen zu pushen und dabei wollen wir es heute eben auch schaffen, meine beiden legendären Waller auf 600 Trophäen zu pushen. Sprich, wir haben eben zum einen Crow, zum anderen eben Leo und bei Crow haben wir eben vor allem auch die Star Power, was immer absolut nice ist. Ja, und ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Das Ganze heute live zusammen mit euch und ja, mal schauen, ob wir es schaffen, eben beide legendäre Waller auf 600 Trophäen zu pushen, was ich bisher eben erst ein einziges Mal geschafft habe mit einem einzigen Waller. Wird also schwierig werden und ob wir es schaffen werden, werdet ihr jetzt selber sehen. Danke für euren Support, danke, dass wir schon so viele Abonnenten inzwischen sehen. Wir sind schon über 5.000 Abonnenten nach nicht mal 24 Stunden absolut krank und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Und es wäre schon mal ganz nice, wenn wir eben jetzt hier schon mal eine ganz gute Platzierung mit Leon hinlegen würden. Normalerweise mache ich eigentlich immer drei Runden, müsst ihr wissen. Also immer drei Runden, bevor eben dann jemand Neues wieder von euch reinjoinen kann. Was ist das jetzt hier? Das ist das zweite Mal, dass er so ins ins Reihen läuft. Oh, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Let's go. Oh mein Gott, jetzt haben wir diese Runde gut ausgeschlagen. Am besten jetzt direkt Platz 1. Das ist ja absolut optimal, wenn wir jetzt hier direkt Platz 1 schaffen könnten. Sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr schön. 10 Powerups, das muss eigentlich unsere Runde jetzt sein. Jetzt hier am besten einfach auf die Shelly so ein bisschen. Wunderbar. Ich mache mich unsichtbar. Ja, okay. Ich darf nicht wegsterben. Ich darf nicht wegsterben. Oh mein Gott, wir sind Platz 1. Let's go. Das ist so viel Plus. Wisst ihr, wie viel Plus das gibt? Es gibt einfach bloß 9. Bloß 9, das heißt, wir sind jetzt hier schon mal auf 565 Trophäen mit Leon. Ich glaube, ich bin tot. Nee, bin ich nicht. Oh mein Gott. Alter, das ist wieder so OP. Zwei Powerups. Also mein Bull-Team-Mate kann man gerne in Chats, was sagt ihr? Was sagt ihr? Note 1 bis 6, wie gut ist mein Bull? Ich würde ihn echt eine 1 geben. WTF. Der carried mich komplett irgendwie gerade. Wahrscheinlich war ich gar nicht mal gut, sondern mein Bull war so gut, glaube ich. Wir sind wieder im Showdown. Wir kriegen wieder Pet Plus. Das ist so geil gerade. Okay. Wo sind die Gegner? Ah, da ist ein Piper, okay. Ja, das ist nicht schlecht von ihm. Ist das gut von ihm? Oh, oh, oh. Let's go. Was macht er da? Er hat schon... Wir haben alle drei Runden mit ihm gewonnen. Rassel-Bande. Einfach nur absolut OP. Wir haben bloß 27 in drei Runden bekommen und sind jetzt hier bei 583 mit Leon. Die vielleicht entscheidende Showdown-Runde für 600 Trophäen. Ich bin direkt weggestorben. Das war es wieder komplett. Also das war ja so schlecht von mir. WTF. Hau ab, hau ab. Nicht sterben jetzt. Wir müssen Platz 1 werden. Wir müssen Platz 1 werden und dann hätten wir die 600 Trophäen mit Leon geschafft. Ja, mit Leon geschafft. Was natürlich absolut geil wäre, aber... Ja, um ehrlich zu sein, wenn ich weiterhin so schlecht spiele wie gerade eben, dann wird das überhaupt nichts werden. Also mal schauen. Ich bleib mal im Busch. Ich will nicht ahnen, dass ich da drin bin. Ich bleib noch ein bisschen drin. Mal schauen. Das war das ab. Ich hol mir den. Ich hol mir den. Ja, gut, von wegen. Na, Big Boss. Ich bin doch unsichtbar. Egal, jetzt brauche ich gar nicht mehr drinbleiben. Wir lassen es mal lieber. Let's go, wir haben ihn. Oh mein Gott, wir haben wiedergekillt. Das ist das zweite Power-Up, was wir von dem Diveral bekommen. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt hier lieber nicht unsichtbar, oder? Ich mache mich unsichtbar, doch. Hm, okay, da bleib ich lieber weg von. Ich hab's hier. Oh mein Gott, wir sind so OP gerade. Wir haben jetzt wieder so viele Power-Ups. Wieder zwei Power-Ups. Wir sind Top 4. Wir können es schaffen. Wir können wirklich Erster werden. Das wäre das fünfte Mal in der Folge mit euch zusammen Erster. Hä? ETF? Total krass gerade. Aber, okay, es wird schwierig werden. Platz 1 ist ein bisschen heftig, aber... Es kann halt echt klappen, ne? Oh mein Gott, ey. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, das war so unlucky. Egal, komm. Er hat elf Power-Ups. Es kann trotzdem werden. Es kann trotzdem werden. Einfach ins volle Konzentration. Wir müssen jetzt... Wir müssen Platz 1 schaffen. Hol die... Hol die M-Sack. Ja, er schafft es wieder. Er hat 14 Power-Ups. Das müssen wir doch schaffen können. Der Bull oben... Der Bull oben muss wegsterben. Konzentrier dich auf den Bull. Wenn der wegsteht, haben wir es geschafft. Weil die können sich nicht wehren. Die können sich echt nicht wehren gegen uns. Nein, ich habe nicht ganz bekommen. Egal. Oh, Showdown. Das war vielleicht zu aggressiv von mir. Spring drauf, ja. Was? Oh mein Gott. 14 Power-Ups. Was war das denn für ein kranker Sprung nochmal? Und damit haben wir es wirklich geschafft. Zum zweiten Mal überhaupt. 600 Trophäen mit einem Waller. Und zwar einfach 600 Trophäen jetzt hier mit Leon geschafft. Was wir noch schaffen wollen, sind jetzt die 600 Trophäen mit Crow. Und natürlich die 15.000 Gesamt-Trophäen. Es wird echt heftig werden. Oh mein Gott. Ich kann die kriegen. Let's go. Oh mein Gott. Wir haben 10 Power-Ups. Was ist das denn? Es läuft gerade so krass. Ich meine... Wir sind in Showdown. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen. Wir haben schon wieder gewonnen. Wo ist der letzte Teammate? Da oben. Wir haben einfach schon wieder... Also wir haben noch nicht ganz gewonnen. Aber wir sollten es eigentlich geschafft haben. Was soll jetzt schief gehen? Ich weiß es nicht. Die Ulti war nicht gut. Das war es. Das war es einfach. Sie können nichts machen. Nochmal gute Ulti, aber es bringt nichts. Das war es. Wir gewinnen einfach gerade jede Runde. Wir sind bei fast 600 Trophäen hier. Und gewinnen trotzdem fast jede Runde mit euch. Wir sind jetzt auch hier mit Crow schon mal auf 568 Trophäen. Das ist gerade so krass. Ihr könnt gerne ein Abo dalassen, wenn ihr euch für tägliche oder für regelmäßige Brawse, Streams und Videos interessiert. Er hat 800 Trophäen. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Er hat einfach 800 Trophäen. Ja, man kennt es auf jeden Fall. Krasse Leistung, aber trotzdem würde ich ihr was anderes vorschlagen. Ich habe ihn. Let's go. Alter, das ist so OP. Wir haben wieder sechs Power-Ups. Absolut geil. Ich weiß nicht gerade, was gerade los ist. Die Zuschauer sind gerade so OP, mit denen ich alle pushe. Wir hatten jetzt, wie gesagt, die letzten sechs Runden einfach gewonnen. Das sieht wieder nicht schlecht aus. Also für WTF wir haben wieder sechs Power-Ups. Ich habe auch wieder den Helfer giften können. Das ist auch ziemlich wichtig. Jetzt kann ich wieder meine Ulti ganz gut aufladen. Ich muss am besten erstmal die Ulti rausholen, was ziemlich wichtig wäre. Oh mein Gott. Ich habe vergessen den Wurst zu checken. Ich bin ja absolut los. Wie kann mir das passieren? Okay. Machen wir manchmal auch einfach Fehler. Aber das hat jetzt echt nicht passiert. Dürfen. Pass auf. Pass auf. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat ihn gekillt. Alles gut. Jetzt am besten unsicher machen oder so, würde ich sagen. Let's go. Das ist so gut. Das ist so gut. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Jetzt hier einfach irgendwie. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ich habe reingefällt. Und trotzdem heißt das, dass wir sechsmal Erster jetzt geworden sind und einmal Zweiter, was immer noch absolut krass ist. Nicht so aggressiv. Nicht so aggressiv. Weg, weg, weg. Wir können es aktivieren. Sehr schön. Wenn wir jetzt hier einen einzigen Platz so irgendwie überstehen könnten, hätten wir es geschafft. Aber wir müssen es nicht irgendwie schaffen. Bitte. Irgendwie diesen einen Platz. Es sieht nicht gut aus. Die werden... Wir kesseln hier ein. Wir helfen damit. Komm. Ich will einfach jetzt nur... Komm. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Let's go. Ich bin leider im Poison drin gewesen, aber egal. Ich bin tot. Ich bin tot. Trotzdem. Wir haben es geschafft. Wir sollten es eigentlich geschafft haben, die 600 Trophäe mit Crow zu erreichen. Und vielleicht sogar noch irgendwie Platz 1. Aber ich glaube, der Ulch ist ja leider auch gerade abgelaufen. Das wird also jetzt sehr schwierig werden. Mal schauen. Ich kann es hier... Ah, was macht er denn? Nein, nein, nein. Ich will mich nicht wegstellen. Na, falsch drauf geht. Egal. Ich würde einfach sagen, ich gebe es hier auf. Ne, bringt nichts. Ich versuche es mal irgendwie, aber... Ne, bringt nichts. Sehr schade trotzdem. Das heißt, wir haben es echt geschafft. Es ist... Oh, Batterie geht auf, was wir. Da müssen wir es auch beeilen. Wir kriegen genauestens plus 7. Und das heißt, wir haben jetzt hier die 600 Trophäen auch mit Crow erreicht. Das heißt, wir haben es heute wirklich mit euch zusammen geschafft, Crow und Leon auf 600 Trophäen zu pushen. Was wir davor eben nur mit Shelly geschafft haben einmal. Und vor allem haben wir jetzt auch 32 Trophäen für die 15.000. Und das wollen wir jetzt noch schaffen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Es ist viel zu dumm. Okay. Ich glaube, wir werden leider verlieren, wenn es so weiter geht. Mal schauen. Sekunde. Ich hätte noch schießen müssen. Wir hätten gewonnen gehabt. Ich hätte einfach nur schießen müssen. Ich weiß es nicht. 30 Sekunden noch. Vielleicht auch ein Unentschieden. Besser als ein Niederlage. Haben wir ein Tor? Ne, das war jetzt nicht so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go, was war das denn? Wie geil. Alter. Ich habe einfach zwei Tore geschossen. Aber wir müssen die Kombi trotzdem ändern. Wir haben jetzt hier schon mal insgesamt. Wie viele Trophäen haben wir? Wir haben jetzt hier insgesamt die 14.990. Die können beide einfach meine Ulti unterbrechen. Das ist halt so dumm. Was soll ich denn machen? Oh mein Gott. So. Also, trotz allem. Frank ist einfach nur absolut OP. Es ist einfach nur krank. Okay. Jetzt wieder voll konzentrieren. Voll konzentrieren. Einfach jetzt hier am besten. Die Ulti drauf, würde ich sagen. Schlechte Ulti, geil. Ganz schlechte Ulti. Oh mein Gott. Das war's, glaube ich. Ich habe meine Ulti bereit. Komm, passt zu mir. Passt zu mir. Egal. Alles gut. Was war das denn? Trollo. Was war das denn? Äh, einfach nur. Also, wenn wir das jetzt verlieren. Nee, er hat gewonnen, oder? Ich dachte kurz. Wir starten rein. Auf geht's. Die hoffentlich entscheidende Runde. Rollball. Wenn wir gewinnen, haben wir es wirklich geschafft, dann hätten wir 15.000 Trophäen auf einen Hauptreport. Aber ehrlich gesagt, sieht es überhaupt nicht gut aus. Wir wären total outplayed bisher. Ich kann halt nicht viel machen, ne? Es sind halt alle Fancamp. Oh, das war's. Oh mein Gott. Okay, ich nehme alles zurück. Sieht doch gut aus. Sekunde mal. Sekunde mal. Sekunde mal. Sekunde mal. Äh, die können nichts machen. Ich kann einfach rein. 1-0. Frank ist einfach nur der beste Brawler für Brawlball. Es ist so heftig. Seht euch das einfach an. Ich laufe einfach rein, aber sie können halt einfach nichts machen. Es ist so geil. Ah, wir geben ihm zu viel Flächenschaden irgendwie. Muss man wirklich gerade sagen. Ah, das ist nicht so nice. Aber das kannst du... Sekunde mal. Wenn er irgendwie wegsterben könnte. Einer muss halt wegsterben. Komm. Ja, was tut das? Ich glaube, wir haben alles im Griff. Ich nehme jetzt hier den Ball. Und ich glaube, ich versuche... Ah, die Ulti... Nein. Hätten einfach nur die Wand ersprechen müssen mit der Ulti. Aber egal. Das klappt wieder. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Es hat schon wieder geklappt. Ich bin zweimal einfach durchgelaufen. Es war so entspannt. Also Frank ist so krass gut einfach für Brawlball. Und damit haben wir es jetzt hier geschafft. Da kommen die Trophäen. 15.000 Trophäen. Auf meinem Hauptaccount im Brawl Stars. Wie sieht das aus? Wir gehen mal ganz rüber zu meinem Trophäen. Falls das hier nochmal zum Abschluss. Und schauen, wie das Ganze aussieht. Hier die kompletten Belohnungen. Jetzt sind wir bei 10.000. Das war ein so weiter Weg. 15.000 Trophäen im Brawl Stars haben wir. So sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. War ein krasser Push. 6.000 Trophäen mit beiden Längen in den Brawlern. Ihr könnt gerne noch ein Abo da lassen, wenn ihr neu dabei seid. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr keine täglichen Videos mehr verpassen wollt. Und nächstes Ziel würde ich sagen. 20.000 Trophäen. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und ciao.